Oh, wie viel Uhr haben wir? Steht das hier irgendwo? Nein. Nein, natürlich nicht. Obwohl... Was ist denn das hier? Bedrock-Jetpack. Ethanol-Jetpack. Achso. Äh... Ja, es wird dunkel. Also, bleiben wir hier und gucken nochmal, was wir mit dem Stein machen. Zack, zack. Hallo, komm her, Steine. Da, zack. Beide Steine. Schön, es wird dunkel. Können wir uns ins Bett legen. So, jetzt haben wir noch zwölf Minuten. Ja. Wird ja mal Zeit, loszulaufen. Schön. Und wir laufen dahin, wo wir noch nicht waren. Nämlich, hinters Haus. Ich glaube zumindest, dass wir hier noch nicht waren. In der Wüste gibt es Glowstone. Stimmt, erstmal Glowstone holen. Das gibt's nämlich in der Wüste. Das gibt's nämlich, ähm... Bei so Pflanzen, die droppen das. Manchmal. Soweit ich weiß, hoffe ich mal. Sonst kann ich auch gleich wieder gehen. Ne. Der Barsch. Schade. Da muss ich wirklich... Ja, da muss ich mir ein Portal in den Nether bauen. Ist ja auch kein Problem. Solange es da viel Glowstone gibt. Da unten ist ein Schwein. Das kann ich schon mal schlachten. Dankeschön für das Zeug. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Denn das ist ein neues. Ja, also... Das ist schon super gewesen, dass ich das hier so... ...abgebrochen habe und dann neu abgedatet habe. So. Hier sagt irgendwer, dass hier eine... Äh, sind das Kühe, Schweine oder irgendwas? Naja. Nicht gerade doof. Okay. Da geh ich nicht rein. Aber... Schweine. Mit einem kritischen Hit schlagen. Macht auch schon was. Komm her, Schwein. Oh, lauf nicht weg. Du wirst zum allerbesten... ...Futter, was man... ...sich je wünschen kann. Glaub mir, Schwein. Du wirst es nicht bereuen, gekocht zu werden. Da vorne sind Hühner. Oder irgendwas anderes. ...hoffe ich mal. Erstmal essen. Naja, ich hoffe, dass es Hühner ist, nicht etwas anderes. Lauf, komm... ...schneller... ...ja... ...schön. Ach, es sind Schafe. Wozu brauche ich gerade Schafe? Ich brauche... ...Schafe, ich brauche Kühe. Da ist eine Kuh. Der Arm müsste eine sein. Ich sehe eine Kuh. Ich sehe sie auf dem Radar. Und... ...sie ist weg. Okay, nicht reinfallen. So. Da sind sie doch. Kühe. Ha. Schaf. Brauche ich nicht. Aber wo sind Hühner? Hallo, Hühnchen. Kommt her, ihr Lieben. Kommt schnell her. Ich möchte euer lecker Fleisch kosten. Oh, ich sollte vielleicht das nächste Mal noch ein neues Schwert mitnehmen, denn das hält nicht mehr so lange. Fällt mir gerade so zufällig auf, ne? Rubberwood. Ja. Dumm, dass ich jetzt keine Axt mitgenommen habe. Aber egal. Das brauchen wir ja schließlich auch. Kommt, ich springe hoch. Und... Ja. Komm, wir machen diesmal nur eins. Dann haben wir auch ein paar Säplings dabei. Hoffe ich zumindest... ...mal, dass wir Säplings bekommen haben. Ja, ein Säpling. Kommt, damit gebe ich mich im Moment zufrieden. So. Hier sind überall Schafe. Ghostwood. Okay. Sind Hühner im Sumpf? Heimisch? Nö. Glaube ich zumindest nicht. Gmbh. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.